Die Black Lane GmbH aus Berlin gewinnt einen Bronze Stevie Award als Abteilung des Jahres im Bereich Kundenservice. Heute Abend ist Herr Frank Steuer, Mitgründer und CFO bei uns, um die Bronze Medaille der German Stevie Awards 2015 entgegenzunehmen. Black Lane ist ein innovatives Unternehmen im Bereich des Limousinen- und Chauffeurservice. Es ist das erklärte Ziel des Unternehmens, der individuellen Mobilität im Verkehr ein neues Maß an Qualität zu verleihen. Ja, schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank an die Juro, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Das ist euer Award. Adam, Head of Customer Care bei Black Lane, Maida und René, stellvertretend für das ganze Customer Happiness Officer Team bei uns bei Black Lane. Ihr macht einen Wahnsinnsjob. Es ist eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Vielen, vielen Dank. Danke für das Vertrauen.